Ich lerne Deutsch. Nummer 2557 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Die Frau mit der Baskenmütze lehnt an einem weißen Hocker. Die Frau mit der Baskenmütze lehnt an einem weißen Hocker. Lass mich damit in Ruhe. Ich werde nie Grillen oder Heuschrecken essen. Auf keinen Fall. Lass mich damit in Ruhe. Ich werde nie Grillen oder Heuschrecken essen. Auf keinen Fall. Unser gemeinsames Hobby ist das Fechten. Unser gemeinsames Hobby ist das Fechten. Ich kann nicht verstehen, woher diese Schmerzen in meiner rechten Brust kommen. Ich kann nicht verstehen, woher diese Schmerzen in meiner rechten Brust kommen. Ich kann nicht verstehen, woher diese Schmerzen in meiner rechten Brust kommen. In meiner Apotheke gibt es verschreibungspflichtige Medikamente und viele andere Dinge, die für die Gesundheit wichtig sind. Ich habe alles erreicht, was ich wollte. Der neue Job ist wie für mich gemacht. Ich habe alles erreicht, was ich wollte. Der neue Job ist wie für mich gemacht. Am Flughafen stehe ich in der Schlange zum Einchecken. Warum dauert das so lange? Das ist mein erster Urenkel. Er besucht mich jeden Mittwoch. Das ist mein erster Urenkel. Er besucht mich jeden Mittwoch. Nimm einen Apfel mit in die Schule. Nimm einen Apfel mit in die Schule. Ich bin so frustriert. Wie konnte ich das nur vergessen? Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ich wusste, du bist zu Hause. Du nimmst sicher das Paket für deinen Nachbarn an. Ich wusste, du bist zu Hause. Du nimmst sicher das Paket für deinen Nachbarn an. Wir sind eine glückliche kleine Familie und haben eine süße Tochter, die uns viel Freude macht. Schau mal nach draußen. Es schneit. Schau mal nach draußen. Es schneit. Schau mal nach draußen. Es schneit. Der ganze Sommer war zu heiß und trocken. Endlich regnet es wieder. Der ganze Sommer war zu heiß und trocken. Endlich regnet es wieder. Davon möchte ich jetzt überhaupt nichts hören. Das Thema interessiert mich nicht mehr. Davon möchte ich jetzt überhaupt nichts hören. Das Thema interessiert mich nicht mehr. Der Online-Kontakt mit den Großeltern ist für unsere Tochter sehr wichtig. Der Online-Kontakt mit den Großeltern ist für unsere Tochter sehr wichtig. Ich messe die Körpertemperatur meines Sohnes mit einem Fieberthermometer. Meine Eltern tanzen bei jeder Gelegenheit. Meine Eltern tanzen bei jeder Gelegenheit. Ich habe mich an die Notrufnummer erinnert. Es ist die Nummer 112. Das frische Weidegras ist für meine Rinder gut verdaulich. Das frische Weidegras ist für meine Rinder gut verdaulich. Es ist Zeit für dich, ins Bett zu gehen. Es ist Zeit für dich, ins Bett zu gehen. Diese Hühner verbringen so viel Zeit wie möglich an der frischen Luft im Freien. Der Auslauf gibt den Hühnern ausreichend Gelegenheit zum Scharen und Picken. Diese Hühner verbringen so viel Zeit wie möglich an der frischen Luft im Freien. Der Auslauf gibt den Hühnern ausreichend Gelegenheit zum Scharen und Picken. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Gut. Vielen Dank.